Tod mit 30 Jahren. Daran starb Fitness-Influencer Jo Lindner. Was ist mit Jo Lindner passiert? Der Fitness-Influencer erreichte unter dem Namen Josthetics mit seinem Sport-Content allein auf Instagram 8,4 Millionen Menschen. Der Bodybuilder wirkte kerngesund. Doch am Samstag Nachmittag erreichte Fans eine Schocknachricht. Jo ist mit gerade einmal 30 Jahren verstorben. Über die Todesursache war bisher nichts bekannt. Doch jetzt klärt seine Freundin Nisha darüber auf, was ihren Partner so plötzlich aus dem Leben riss. Jo ist an einem besseren Ort. Gestern ist er an einem Anorisma gestorben, gab Nisha auf Instagram-Preis. Die letzten Stunden vor seinem Tod verbrachten Jo und Nisha zusammen. Das Paar wollte sich kurz hinlegen und kuscheln bis es sich mit einem Freund im Fitnessstudio treffen wollte, berichtete Nisha. Dann passierte es so schnell. Vor drei Tagen sagte er, dass er Schmerzen im Hals hatte. Wir haben es nicht realisiert, bis es zu spät war, ließ sie Revue passieren. Momentan könne Nisha nicht mehr zu dem Tod ihres Freundes sagen. Auch sie müsse das Geschehenne erstmal verarbeiten. Er ist die wunderbarste und großartigste Person der Welt, schwärmte sie von Jo. Auf den Post reagierten zahlreiche Menschen mit Beileidsbekundungen. Zahraichhörherrl